Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier in Sekshu. An der Stelle schon mal direkt danke an die Leute, die bei der Umfrage da mitgemacht haben oder bei der Frage bei Instagram mit der Story und ein paar Sachen geschrieben haben, die ich noch machen soll. Ihr habt nämlich, wer war das denn jetzt hier? Junge. Ne Michael! Vielen Dank für die Erinnerung auf jeden Fall. Ich habe es selber schon wieder voll vergessen. Kurs geht raus. Wir testen heute noch mal alle Hypercars. Jetzt kam noch das neue, der Maserati. Alle Hypercars auf V-Maxx. Was wird dieses Mal das schnellste Hypercar werden und somit das schnellste Hypercar von 2022? Sehr interessant. Es ist lange her, wo wir das gemacht haben und es hat sich einiges geändert. Ganz viele Autos sind ganz anders geworden. Es kamen neue Autos dazu und so weiter etc. pp. Jetzt wollt ihr wissen, was ist jetzt das schnellste Auto? Das ist nicht mehr so wie in dem alten Video. Deswegen machen wir jetzt ein neues. Ich würde sagen, wir gehen nach ABC einfach so durch. Bugatti dann so weiter. Also nach ABC wirklich. Das heißt, das erste Auto, wo wir uns darum kümmern, ist der Bugatti Chiron in der... Wie viele Hypercars es da einfach gibt, ne? Carbon Edition. Den kriegt man mit Kult 1000. Ganz wichtig. Dieses Set werden wir jetzt hier bei jedem Auto verwenden, was ich gleich testen werde. Und zwar ist einmal da drin fanatisch und pur. Das Set macht eigentlich gar keinen Sinn. Guckt euch das nicht ab. Wenn ihr ein gutes Set haben wollt, dann macht bitte pur und extra Portion. Das macht nur Sinn jetzt, um wirklich einmal richtig volle Power zu geben, damit die Karre auf maximale Leistung einmal kommt. Dafür habe ich mir das Set mal erstellt. Jalla! Abfahrt! Keine Zeit verschwenden! Moin! Und ihr seht schon, es ist exakt die gleiche Strecke wie bei dem ersten Test, weil das auch die beste Strecke ist. Schnurr geradeaus. Fast so gut wie keine Bodenwellen. Ich kann es euch nochmal zeigen. Und zwar sind wir hier in der Seilswüste natürlich. Ganz oben links. Ich habe hier einen Punkt, da kann ich mich immer wieder hinporten. Das heißt, wir haben wirklich bei jedem Test die gleiche Strecke. Ich porte mich zu diesem Punkt und wir fahren genau geradeaus zu diesem Wegpunkt, der hier in der Ecke ist. Gucken wir gerade auf den Wegpunkt und so fahren wir jetzt jedes Mal, bevor jetzt hier einer wieder sagt, so, ey, seid ihr woanders gefahren oder so? Ne, wir machen ja wirklich genau so. Wie sieht es aus? Bist du schon bereit oder was? Ja, ich bin bereit. Warte, meine Kohle aber nicht. So, achso, ja, nee, warte mal, wir haben letztes Mal einen Tipp gemacht, was das schnellste, ähm, äh, genau. Wir geben jetzt beide einen Tipp ab, aber auf drei gleichzeitig. Okay. Auf los sagt jeder, was er gedacht hat. Also, Tipp, was das, was dieses Mal das schnellste Hypacker sein wird. Drei, zwei, eins, los. Aventador. Was? Ehrlich? Ja. Welcher? Der neue. Okay. Al-Alfalter, ich weiß nicht, scheiße, keine Ahnung. Genau. Ja, okay, mal gucken. So, dann fahr mal los, ich fahr dir hinterher. Vorher aber nochmal ganz kurz Werbung in eigener Sache, Leute. Ihr wisst, ich war jetzt ungefähr einen Monat lang im Urlaub. Ähm, ich habe für euch so ein paar coole Aufnahmen gemacht, so wie das da ausgesehen hat, was ich so gemacht habe und so. Das sind so mehrere Videos. Aber ich habe euch eine ganz kurze Zusammenfassung gemacht. So, die geht so acht Minuten. Und mich würde es extrem freuen. Auch wenn ich weiß, dass die meisten sich nicht für Vlogs interessieren, was okay ist. Aber mich würde es extrem freuen, wenn ihr euch wenigstens dieses eine Video anschauen würdet oder zumindest mal reinklicken würdet, ob euch das interessiert. Das werde ich mal hier oben verlinken. Ist, wie gesagt, so eine ganz kurze Zusammenfassung von dem kompletten Urlaub. Geht so acht Minuten oder so. Und das hat mich am meisten Arbeit gekostet. Ich glaube, so acht oder neun Stunden hang ich da dran. Also pro Minute eine Stunde. Ähm, ja, wie gesagt, auch wenn es euch nicht interessiert, klickt einfach mal rein, ob ihr Bock drauf hättet oder nicht. Wenn ja, dann schaut es zu Ende. Und wenn ihr Bock habt, auch die anderen Videos gerne. Wenn nicht, dann nicht. Aber wäre mega nice, wenn ihr wenigstens das einmal anklicken würdet und einmal reinschnuppern, wie euch das so gefällt. So, Leute, jetzt hier weiter mit dem Video. So, ich bin schon mal gut unterwegs hier. Nitro-Mischer boostet richtig gut. Du siehst den Wegpunkt aber auch, ne? Ja, ja, den Wegpunkt sich auch. Ja, okay, korrekt. So, wir sind schon mal über 500 hier. Ich klebe an deinem Arsch. 23, 24. Nitro-Boost macht uns nur langsamer wieder. Man kennt ihn. Wir ziehen aber weiter durch. Wir ziehen weiter durch. 24. Das ist sehr gut. Das ist schon sehr gut. Okay, nächste Karre. So, nächstes Fahrzeug ist der Bugatti Chiron Interception Unit. Jalla. So, ich bin schon mal über 400 angekommen hier. Oh, 500. Oh, der geht noch weiter. Oh. Oh, doch. Jetzt macht er vielleicht Feierabend. 23. 24. Er kriegt die 24. Nitro boostet uns nicht mehr. 24 auch, oder was? Ja, gleiches Auto. Ich dachte, wegen dem Blaulichtwetter 1 kmh langsamer, aber okay. Auch 24. So, Leute, und ab jetzt machen wir immer nur erst ab 400 kmh oder so, damit es ein bisschen schneller geht. Nächstes Auto ist der normale Bugatti Chiron. Rein da. So, knapp über 400 schon. Weil sonst wird das Video zu lang, Leute. Deswegen machen wir es jetzt immer so natürlich. Ihr habt jetzt gesehen, wie die Strecke ist und wie wir das machen. Und jetzt machen wir das hier ein bisschen verkürzt alles. 25 mit Mühe und Not. Nochmal Nitro boosten. Juckt ihn nicht. 21. 22. Oh, der ist langsamer als die anderen. Na, Junge. Was das denn? 22. Okay. So, als nächstes kommt bei mir der DIVO Magma Edition. Alter, mein Reifen raucht hier nicht hier drüber. Mein Boden ist aufgerissen jetzt. So, was kann der Magma hier? Angeblich beste Auto hier, Kappa. 23. 24. Nitro nochmal reindrücken. Höher als 24 werden wir den nicht kriegen. Nee. Nee, auch 24. Okay. Dann kommt jetzt bei mir der DIVO Emerald Storm. Eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Optisch auf jeden Fall auch eine 1+. So, 450. Oh, der geht auch wieder schnell nach oben hier. 500. Oh, oh, oh. Weiter, weiter. Bei 520 höre ich auf einmal auf. 24. Auch 24 oder was? Was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Alle fahren hier 24. 24. Okay. Und euer Lieblingsfahrzeug, Leute. Die meisten feiern den ja übelst ab. Mittlerweile mit dieser Folie finde ich ihn auch ziemlich geil, die wir da gemacht haben. Es gibt ja viele in der Variation, so ein bisschen anders immer. Sieht geil aus. Man kann den nach dem letzten Update, so mal so als Info für euch, man kann diesen Wagen wieder fahren. Der war ja über ein Jahr lang nicht fahrbar, weil er komplett weggerutscht ist wie so ein Dulli macht er jetzt nicht mehr. Könnt ihr wieder fahren, ja? Und jetzt gucken wir, wie schnell der ist. 500. 20, 23, 24, 25. Jawohl, 26. Oh, er ist bis jetzt der schnellste. 27, eine 7. Da ist die 7. Wir haben ganz kurz die 7 gesehen. 27. Ah. So Leute, jetzt kommt der Lahn. Wo ist die Tür? Nur. So Leute, von dem Wagen, ich hoffe, ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr, weil sehr geiles Fahrzeug, ihr wisst ja auch, wie der Wagen fährt, ne? Der kann auf jeden Fall was. So, jetzt regnet zwar, sieht ein bisschen blöd aus, aber beeinträchtigt ja hier in dem Spiel das Fahrverhalten nicht, zumal ich sowieso nur geradeauswand. 23. 23. So, wir machen mit der Veyron-Reihe weiter. Wir fangen an mit dem ganz normalen Grand Vitesse. So, Grand Vitesse, Leute, ich feiere immer noch die Optik von dem. Ich habe extra hier auch keine Verbreiterung drin. Der Türke ist kurz eingepinnt, weil ich mit dem Wagen so richtig schön einfach. Oh, der macht aber schon Frühfeierabend hier, oder? 20. Das ist das, Junge. Alter, ist er lahmarschig. 20. 21. Ja, okay, ist auf. So, dann haben wir den Bugatti Veyron Edition 1. Als er rausgekommen ist, auch einfach eins der besten Fahrzeuge gewesen. Edition 1, auch meine eigene Folie drauf, die ich noch selber zusammengezimmert habe hier. 500. 19. 20. 21. Oh, die Veyrons sind langsam, Junge, was ist das? Ja, moin. 20. 21, glaube ich, war das. Ja, alle Veyrons, so 21, okay. So, mal gucken, ob der auch die 20, 21 fährt. Veyron Deep Blue Edition. Damals habe ich ihn noch Diebschmutz genannt, bis er irgendwann mal gut geworden ist. Mittlerweile, mashallah, ich habe mit dem Wagen mal Rekord gefahren. Okay, was schafft der? Auch die 4,20? Oder was macht der jetzt hier? Mal gucken. 19, 20. Aber ein bisschen zurück. 21, rausgequetscht. Ah, 22. Äh, 22. Bester Veyron. So, bevor wir euch mein aktuelles Lieblingsauto machen, machen wir nochmal den Oldschooler hier. EB110 Polizei. 22. Oh. Oh. Ja, okay, der ist Oldschooler, da kann man nicht so viel erwarten. 400, äh, 504, 505. 5. Mehr geht nicht. Feierabend. 505. 101, äh, 110 macht 505, okay. So, das Beste kommt zum Schluss, äh, zum Schluss hier, den Bugatti Sendolichi. Immer noch in der Frauen-Edition am Fahren, aber ich finde, als Mann geht's auch klar, ja. Gucken wir, was der so kann. Passt natürlich auch zusammen, Leute, weil der Sendolichi ist ja die, äh, Reinkarnation, anderes Wort fällt mir gar nicht ein, von dem 110. So, und was fällt denn? Was? Oh mein Gott. Was ist das denn, ey? Täusch mich nicht, Junge. Ich hab so vorhin die Geschwärte und jetzt macht der Disney, oder was? 516 war's. Hör mal zurück. 17. Ach, scheiße. Schade, mehr erhofft. So, Leute, Bugatti sind wir durch, jetzt kommt hier Chef Roulette. Wir fahren natürlich beide, wir fangen mit dem hier an. Junge, ihr schafft nicht mal die 500, was ist denn das jetzt? 98, da kommt gar nichts mehr. Nur langsamer. 98. Okay. Mal gucken, ob das Cabrio schneller ist. 99. Komm, 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 einen noch. Einen noch. Och, Mann, ey. Okay, aber er ist schneller als der andere. Keine Ahnung. Zitrone GT. So. Reiner. Vielleicht kommt ja gleich eine Überraschung hier. Oh, über 520. Ja, nee. Doch, jetzt 20. 25. Okay, 25. So, auf jeden Fall sehr gut. Jetzt sind wir bei Creators, da gibt's nur... Ach, nee. Nee. Was kommt jetzt? Wenn ich jetzt einmal bei dir hinten reinfahre, dann bin ich tot. Ja, wow. Jawoll. Nee, Junge. Komm, wir scheißen einfach auf den, fällt eh keinem Augen. Nein, Mann, der muss auch mit rein. Oh, nee. Ich glaube auch nicht, dass der über 500 kommt. Ah, 95 war gerade kurz. Noch mal ein Stück zurück. 95. 96. Ah, da war doch die 96. Sauber. Ah ja, hier haben wir den super fast. Da fangen wir mal mit dem direkt an. So, mal gucken, ob Türke recht hatte. Nicht der super fast, sondern super low. Den Namen hat ich ja damals gegeben, weil der so scheiße langsamer war. 95. 95. 96. Okay, 96. Aber ich war direkt hinter dir. Nee, geht nicht. 96. Den kann man übrigens momentan im Live-Summit gewinnen. Könnt ihr jetzt schon mal gucken, ob sich das lohnt oder nicht, reinzuhasseln? Tuning-Video dazu gibt es natürlich auch schon. 96. Er hält auf jeden Fall stabil, die 96. Also der ist schon ein bisschen, na, kmh schneller, würde ich fast sagen. Aber okay, gleich schnell. So, ich mache so ein bisschen meine eigene Reihenfolge. Wir machen jetzt den A-458 Speziale. Vielleicht mache ich es in Zukunft ab 450, Leute, damit es noch schneller geht. Ich glaube, das Video wird sonst wieder viel zu lang werden. 95. 96. 97. 98. Da habe ich ganz kurz in A-99. Er schafft die 500 nicht. Ah. Okay, 99. 88. Pister, Pister. Rainer. Immer noch eins der schönsten Ferraris hier auf jeden Fall. Auch so wie ich den getunt habe, feiere ich den übelst. 97. 96, 97, 98. Tick langsamer. Machen wir weiter mit dem Ferrari, Enzo Ferrari. Was kann er, der Enzo? 95. Keine 500. 96. Da war ganz kurz die 6 zu sehen. 96. So, jetzt die Next Generation von Enzo. Und zwar der La Ferraris. Die Nitro-Bremse bringt auch nichts. 94. 95. 95. 95. Fangen an mit dem normalen. 97. Ach, da war eine 8 ganz kurz. Komm. 98. Ja, das zählt. Das zählt. 98. Ja, lachen wir direkt in die Interception Unit Edition rein. Den gab es übrigens nur im Live-Summit, Leute. Ist auch wieder sehr schade. Generell, dass man die Polizei-Autos gar nicht mehr kriegen kann. Bist du ein Safety Car oder was ist das für eine Pimmelleuchte auf deinem Dach? Ja, Safety Car. 54. Die Polizei-Bahn verfolgt ein Safety Car. Guck mal, dieser Strahl, Alter. Aber wir hatten gerade 95. Aber jetzt... Ja, vielleicht 96, 97. Bei 97. Mehr kann er nicht. Ah ja, das war der, der sich anhat wie in GTR. Genau. Oh, über 500 wieder. 5, 20, 21. Nitro macht uns wieder langsamer. 21. War da gerade eine 2? Ne, da war, glaube ich, die 0, ne? 21. Doch, doch, da war eine 2. 2, 2 und 2, äh, 12. Ne, war das 22, ne? 12. 12. 12. Na, egal, wir haben vor dem... Wir fangen jetzt einfach mit dem an hier so. Ich hab vorhin mal kurz überlegt, wie lange will der Wagen eigentlich noch im ersten Gang fahren, bis mir aufgefallen ist, der hat ja nur einen Gang. Sehr gut, Shiri Gera. Ja, original, nicht gefälscht. Junge, ja doch, jetzt 500. 500. Exakt 500. Mehr drückt er nicht raus. 500 nur. Ich dachte, der wird schneller, Junge. Alles klar, 500, Regera. So, jetzt gehen wir mal zum Agera Air. Komplett in Goldgebode. 5, 9, 6, 9, 7, 98. 2 km mal langsam, 98. Junge, die fanden alle keine 500 hier, was ist denn das? Na gut, außer der gerade genau 5, 5, 5. Okay, 98. Und Nachfolger, der im Spiel reingekommen ist, war der 1, 1, wo er reingekommen ist, übelst schlecht. Jetzt mittlerweile wieder ganz gut fahrbar. Kann man echt mal gebrauchen, den Wagen. So, jetzt aber 97, 98, 99. Ja, gucken wir erstmal den, dann machen wir erstmal den hier fertig. Was kann er jetzt nur noch hier? Oh, der, der schafft die 500. Ah, komm. Ja, sauber. 500. 500, 1. 2 noch? Nee. Doch, 2, 502. Jetzt mal gucken, ob der neue jetzt schneller ist oder nicht. Wenn nicht, ist der Jesko der schnellste Königseck. Oh, der fährt aber deutlich direkt nochmal über 500 drüber. 7. Tänzelt da zwischen 6 und 7. Und teilweise grönt es aber noch 8. Oder ist er da? Komm, war ja klar. Oder, ne? 7. Okay, schnellster Königseck. Gehen mehrer schon mal. Machen wir erst hier Aventador. Mal gucken, was er jetzt kann. Ich habe ja gesagt, das könnte das schnellste vielleicht sein. Das war mein Tipp. Aber wir fahren schon mal. Oh, 28. 500. 28. Mehr kriegt er nicht hin. 28. Bis jetzt auf jeden Fall das schnellste. Das ist schon mal, das ist schon mal gut. Dann gehen wir mal in den Veneno. Der geht auch locker über die 500 drüber. 21. 21. Okay, mehr kommt nicht. 21. So, den gibt es auch nochmal als Interception Unit. Kann man... Kann man den kaufen? Ich weiß nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gucken wir uns den mal an. Ist der jetzt ein Kammer langsamer oder was? 20. Ja, das war es. 20. So, und den Ego ist da. Auch lange Zeit mal eins der besten oder sogar das beste Auto gewesen. 15. 16. Ganz weit weg von den anderen Zahlen, was er im Kopf hatte. Also, der war auf jeden Fall viel schneller in dem ersten Test früher. 16. Junge, der kommt ja nicht mal auf 20. 16. Das war es. So, und mein Lieblings-Lamborghini immer noch. Sprintet noch. Über 500. 15, 10, 13. Ach, komm. Schafft er nicht mehr. Der war auch noch schneller, Junge. 15. Damit haben wir Lamborghini auch schon abgegrast. Jetzt geht es weiter mit Maserati. So, jetzt wollen wir mich mal... Wir fangen erst mal mit dem alten. Dann nehmen Sie 12. Oh, oh, ja. Oh, 96. Da waren schon langsamer Autos dabei. 96. 97. So, Türke hat auf den Wagen gesetzt. Wie heißt der jetzt? Alferi-Konzept. Mal gucken. Jetzt fängt der Wagen schon, was der schafft. 90. 500. 5,04. 5. 505. Da kommt nichts mehr. Was ist das, ja? Feierabend. Ja, Junge, das ist ein Speedbase-Auto. F1, P1. Fangen wir mit dem an. Die kleine Schwester hier. 97 noch. Aha. Da haben wir mal kurz Bock gehabt. Mehr kommt da nicht. 97. Nice. Dann fangen wir mal mit dem hier an. F1. Der kam ja auch später, glaube ich, rein. Er ist, ja. 80, 90. 95, 96. 97. So, der müsste aber eigentlich schneller sein jetzt hier. der P1. Mal gucken. Der schafft es aber nur 96 hier. Wie langsam ist das oder was? Ja. 96. Nach McLaren kommt Nissan. Da haben wir nur einen. 96. Ja, tut sich nichts mehr. Okay. Macht nichts. Der Wagen ist eh Müll. Was haben wir noch hier im Angebot? Pagani. Oh, guck mal. Viele Autos kommen auch nicht mehr. Haben wir noch Porsche 3 und dann Saalen. Oh. Der fährt sogar über 500. Da wäre ich nicht gedacht. 503. Da fährt safe unter. Ja, Poppebau nicht mehr. 503. Im Zonderf. Dann gucken wir jetzt noch, was der Huayra so drauf hat. Schwimm, das Auto. Weißen will. 6. Der fährt jetzt nicht unter 500, Junge. Das geht nicht. 98. Komm, zieh noch. Nein. 99. Der schafft die 500 nicht. Ne. 4,99. Nächste. Porsche. So, hier würde ich noch kurz sagen, es gibt hier eigentlich vier. Nämlich gibt es den Carrera GT noch als Green Flash Edition. Den habe ich aber nicht. Ich habe auch eine Umfrage gemacht. Irgendwie hat niemand dieses Auto. Weil der Wagen, der kam genau raus, wo Need for Speed Heat gerade voll im Hype gewesen ist. Da hat niemand zur Crew gezockt. Also fast niemand. Ich auch nicht. Deswegen habe ich den Wagen nicht. Aber ist genauso schnell. Macht keinen Unterschied. Also brauchen wir uns eigentlich den anderen gar nicht angucken. 10 Sound. Und der schafft die 500 glaube ich auch nicht. 95. 96. Auch so eine Krücke das Ding. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Der Wagen war schon vorher im Spiel. 9,18 Spider. Oh, der geht über 500. Oh. Oha, Überraschung. Über 12. Schwer gerade zu halten, die Karre, aber ist denn da. Da muss ich nicht. Da muss ich nicht. Da muss ich. Da muss ich. Ey. Wollen wir mal aus. Jetzt. V-Max kann ja halt auch nichts Das könnte das langsamste Auto heute sein hier 93 Kommt, mehr kommt nicht, 93 So, vom Porsche geht es jetzt zuletzt in den Saalen Das war übrigens, viele haben gerätselt Das war das Titelbild von dem ersten Video, was ich gemacht habe Schnellstes Hypercar Der Wagen war da im Titelbild Oh, 450 Der Motor ist so krank, der sieht so heftig aus Sogar der schneller 95 Das war gerade wirklich das langsamste Auto, glaube ich 95 Naja, 95 Mehr schafft er nicht Ja, krass So Leute, das war das letzte Auto Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war das schnellste Doch, der Aventador, ne? Aventador Aventador war das schnellste mit 528 Krass Wenn ich mich nicht täuscht, warst du, glaube ich, da noch 29 Ja Ja, ich weiß nicht Ich muss mir die ganzen Aufnahmen nochmal angucken Und dann mir die ganzen Sachen nochmal rausschreiben Dann mache ich so eine schöne Tabelle nochmal Ich glaube, ich weiß jetzt selber nicht mehr Ich meine, der schnellste Auto war der Aventador Tatsächlich, ne? Habe ich auf jeden Fall wieder recht verhalten hier Mit, ich glaube, 528 Ich muss mir das Video erst nochmal genau angucken Und dann werde ich eine Tabelle erstellen Die werde ich jetzt sowieso hier nebenbei schon längst eingeblendet haben Das werdet ihr dann schon sehen Ich werde jetzt hier nicht lang rumdiskutieren Was jetzt hier und da Und was der schnellste oder langsamste ist Ihr seht jetzt, was das ist Könnt eure eigenen Schlüsse daraus ziehen Ich sage nur Das ist jetzt wichtig Nur weil das oder das jetzt das schnellste Auto ist Heißt auch lange nicht, dass das beste Auto ist, Leute Ja, ganz wichtig Auch ein Auto, was ganz weit unten steht In der Liste Ich kenne die Liste noch nicht Das kann auch eines der besten Autos sein, ne? Also Wartet noch ein Video, aber ich werde nochmal irgendwann eins machen Bestes Hypercar Bestes Street Race Beste das, das, das Mach ich noch, ja? So, Leute Wir sehen uns im nächsten Video Ich hoffe, das war nicht zu lang, das Video Und ansonsten Wünsche euch was Macht's gut Haut rein Euer Zocker Ciao, ciao Ja, k Bis zum nächsten Mal.